Dieser gebrauchte Mercedes-Benz Vaneo steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in diesem grauen viertürigen Wind Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei 100.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2005. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Klimaanlage, ESP, Schiebedach, und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt einer Leistung von 91 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 5,9 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Musik weighted Abtern Enter